Oberammergau, 1633. In Bayern wütet der Dreißigjährige Krieg und in seinem Gefolge die Pest. Als die Krankheit das Dorf erreicht, flehen die Bürger Gott um Hilfe an. In der Hoffnung, von der Pest von nun an verschont zu bleiben, leisten sie einen Schwur. Sie werden alle zehn Jahre das Passionsspiel aufführen. Für immer. Seit diesem Gelübde gab es im Ort keine Pesttoten mehr. Und ihr Versprechen halten die Oberammergauer bis heute, seit über 375 Jahren. Ungefähr die Hälfte der 5000 Bewohner macht bei der Passion mit. Als Bühnenarbeiter, als Musiker im Orchester, als Solisten, im Chor und natürlich auf der Bühne. Im normalen Leben ist einer der beiden Christus-Darsteller Psychologe. Herodes arbeitet als Zahnarzt und Maria Magdalena als Flugbegleiterin. Doch für fast ein ganzes Jahr müssen viele Oberammergauer ihre Berufe vernachlässigen. Stattdessen wird mit großem Einsatz unter freiem Himmel gepobt. Ganz gleich bei welchem Wetter. Und bei den Massenszenen stehen über 1000 Menschen auf der offenen Bühne. Dabei ist die Passion immer eine Leistung des Holzschnitzerdorfes geblieben. Nur gebürtige Oberammergauer oder Leute, die seit mindestens 20 Jahren hier leben, dürfen mitmachen. Beim Spiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi. Die Geschichte bleibt, doch das Spiel ändert sich. Jede Zeit bringt neue Gesichter, neue Bühnenbilder, neue Inszenierungen hervor. Die Passion hat epische Dimensionen. Eine Aufführung dauert fünf Stunden, unterbrochen von einer dreistündigen Pause mit Zeit zum Abendessen. Die Menschen vorn auf der Bühne sind Regen und Sonne ausgesetzt. Die Zuschauer und das Orchester aber werden geschützt vom Dach des Passionstheaters. Auch in der 41. Spielzeit der Passion werden die Oberammergauer wieder mit gewaltigem Aufwand die letzten Tage Jesu auf die Bühne bringen. Vor der beeindruckenden Kulisse der Alpen. Von Mai bis Oktober 2010 wird eine halbe Million Menschen aus der ganzen Welt nach Oberammergau kommen. Über 100 Mal wird das Passionsspiel aufgeführt, bevor sich der Vorhang wieder für zehn Jahre schließt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017